Hallo liebe Weltraumschmuggler, in diesem Video möchte ich euch die Lösung OwnCloud genauer vorstellen. Wir haben uns ja gemeinsam bereits Nextcloud, C-File, Filebrowser, CryptPad und einiges mehr angeschaut. Bei OwnCloud handelt es sich, ähnlich wie bei Nextcloud, um eine Datei-Synchronisationslösung, die einen Serverteil und einen Kleinteil benötigt. Den Serverteil, den möchten wir gerne im Self-Hosting bei uns zu Hause betreiben. Und wie das genau geht, das möchte ich euch heute erklären. Doch vorab möchte ich euch ein kleines Projekt vorstellen, an dem wir in den letzten Wochen und Monaten fleißig gearbeitet haben. Und zwar ist das die FOS-Welt. Die findet ihr auf FOS-Welt.org Und bei der FOS-Welt handelt es sich um eine Webseite, auf der wir versuchen, alle wichtigen deutschsprachigen Open Source und Linux-Projekte zusammenzufassen. Hier findest du unter anderem gnu-linux.ch, linuxnews.de, aber auch meine Videos oder FOS heute, den Mikroblog. Und wenn du selbst Sachen im Bereich Open Source oder Linux machst, dann bist du herzlich eingeladen, hier auch teilzunehmen. Und dann führen wir dich gerne auch auf unserer Webseite mit auf. Zur Vorbereitung unserer Installation habe ich hier, wie üblich, eine TUC-Swiss-Installation, TUC-Swiss-Mini in der Stable-Variante. Ihr könnt das Ganze aber auch auf jedem anderen Debian-basierten System nachbauen. Wie üblich möchte ich das System in Docker betreiben, und zwar mit Docker Compose, um die nötige Flexibilität zu erhalten. Für das Self-Hosting benötigen wir entweder einen Cloud-Flare-Tunnel, wie das geht, habe ich euch bereits einmal erklärt, oder ein entsprechendes Port-Forwarding im Router. Dazu benötigen wir außerdem eine DIN-DNS-Adresse. Meine DIN-DNS-Adresse heißt hier tucswiss.mu.com. Meine IP-Adresse von meinem Server, die kann ich ganz einfach rausfinden mit dem Befehl IPAS. Und hier oben wird mir diese IP-Adresse auch schon angezeigt. Die muss ich dann in meinem Router, hier beim Bereich NAT, Port-Weiterleitung oder Port-Forwarding, entsprechend eintragen für das Protokoll HTTP und HTTPS. Das wären Port 80 und Port 443, die ich dann weiterleite hier auf diese lokale IP-Adresse, die ich mir hier oben ausgeben habe lassen. Wenn ihr das soweit vorbereitet habt, dann sind wir eigentlich startklar und wir können schon mit der Installation von Docker beginnen. Wie üblich habe ich euch hier ein Cheat-Sheet vorbereitet. Das findet ihr nachher dann auch bei uns in der Telegram-Community. Also kommt bitte unbedingt in unsere Telegram-Community, denn dort findet ihr alle wichtigen Informationen. Dazu geht ihr hier auf spacefun.ch, klickt auf Telegram und schon seid ihr mit dabei. Ich installiere mir also als erstes mal Docker aus den Debian-Repositories und Docker-Compose. Dazu gebe ich sudo apt install docker.io, Leerzeichen docker-compose ein und muss dann natürlich einmal mein Passwort eingeben. Wie üblich bei Docker muss dein User in der sogenannten Docker-Gruppe Mitglied sein. Das kannst du mit dem User-Mod-Befehl machen. Mein User ist jetzt hier in dem Fall schon Mitglied dieser Gruppe. Ich zeige dir das trotzdem allerdings mal, wie das geht. sudo user-mod, minus a, minus groß g, dann Docker und dein Username. In meinem Fall wäre das hier der User tux. Das Ganze wird erst wirksam, wenn du dich einmal ab und wieder anmeldest und dann kannst du das mit dem Befehl ID prüfen und dann zeigt er dir hier unten auch an, dass du Mitglied der Gruppe Docker bist. Wir haben das also soweit alles mal vorbereitet und jetzt fangen wir mit der eigentlichen Installation an. Dazu möchten wir als erstes mal die Installationsanleitung von OwnCloud aufrufen. Die habe ich hier auch verlinkt und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Hier wird als erstes mal in einem Verzeichnis, ich wähle jetzt hier mein Home-Verzeichnis, da kann ich reingehen mit cd, pwd, home tux, da bin ich schon drin, ein Ordner erstellt, OnCloud-Docker-Server. Das mache ich jetzt mal hier. Und dann wird hier einfach in diesen Ordner reingewechselt. cd, OnCloud-Docker-Server. Und dann gibt es hier diese docker-compose.yaml und die lege ich mir jetzt mal an und zwar mit nano docker-compose.yml. Und dort hinein kann ich jetzt hier dieses Beispiel, was hier aufgeführt ist, das habe ich euch auch im Cheat Sheet nochmal verlinkt, einfach mal reinkopieren. Das ist hier relativ lang. Ich sage hier kopieren und kann das jetzt hier reinpasten. Und hier ist es jetzt schon drin. Wir müssen allerdings noch ein paar Einstellungen ändern. Also er exposed hier meine OwnCloud standardmäßig über HTTP auf Port 8080. Da müssen wir dann natürlich nachher noch ein Proxy vorstellen, sonst funktioniert das nicht mit dem Zugriff aus dem Internet. Hier kann ich jetzt eine OwnCloud-Domain, die definiere ich dann nachher. Diese Variablen kann ich nachher über ein sogenanntes .env-File definieren. Dort gebe ich die dann nachher an. Das ist also sehr wichtig. Was ich hier jetzt noch ändere, sind die Volumes. Und zwar möchte ich, dass die Volumes in meinem Verzeichnis direkt exposed werden. Und dann gebe ich hier Punkt Slash davor an. Und dann wird in dem Ordner, den ich vorhin angelegt habe, ein Unterordner Files angelegt, wo dann die ganzen Daten auch drin liegen. Dann habe ich alles beieinander. Und dann liegt das nicht irgendwo in Docker-Volumes auf dem System rum. Also hier auch, überall wo Volumes drinsteht, mache ich einen Punkt Slash davor. Und dann habe ich das Ganze auch schon fertig. Ctrl-O, Enter, Ctrl-X beenden. Jetzt kann ich den Server noch nicht starten, denn ich muss eben noch diese .env-Datei erstellen. Dazu ist hier auch ein Beispiel mit Cut und EOF. Das pastet einfach den Inhalt zwischen dem EOF hier in eine Datei .env rein. Ich könnte die auch einfach mit Nano öffnen und den Inhalt dort reinpasten. Die öffne ich jetzt mal auch mit Nano, weil da müssen wir jetzt noch einiges drin bearbeiten, also nicht so viel. Wir lassen jetzt hier das drinstehen, aber als Trusted-Domain, da muss ich dann meine DIN-DNS-Domain einstellen. DIN-DNS habe ich in meinem Router vorher bereits konfiguriert gehabt. Netzwerkeinstellung, jetzt ist er hier abgelaufen, aber da gibt es dann DNS und da kann ich mir dann DIN-DNS-Adresse einrichten. Das sieht je nach Router ein bisschen anders aus. Hier gebe ich also meine DIN-DNS-Domain ein, tuxviz.mu.com und dann kann ich das Ganze auch schon mit CTRL-O und CTRL-X speichern und beenden. Jetzt könnte ich diesen Docker-Service auch schon starten, das können wir auch mal schauen. Hier Docker-Compose ab mit "-d", dann wird es in den Hintergrund verschoben oder ohne, dann bleibt es halt im Vordergrund stehen. Also hier müssen wir Docker-Compose machen, weil unter Debian heißt das Ganze noch Docker-Compose als separater PC. Jetzt wird das Image hier schon mal gepullt und er wird mir jetzt hier im Hintergrund schon meine OwnCloud-Instanz aufsetzen. Also das geht natürlich ganz schnell. Da wir allerdings möchten, dass das über HTTP und HTTPS aus dem Internet erreichbar ist, müssen wir natürlich noch einen Proxy davor stellen. Und einen Proxy, den möchte ich gerne auch in Docker betreiben, denn das bietet sich natürlich an, dann haben wir alles einheitlich in einem Docker-Setup. Und dazu bietet sich der Nginx-Proxy-Manager an. Das ist eine ganz tolle Lösung, ich mag die sehr gerne. Und da gibt es hier auch ein Quick-Setup und das können wir einfach mal befolgen. Das geht auch wieder mit so einer Docker-Compose-YAML-Datei und die können wir hier entsprechend auch mal anlegen. Dazu mache ich mal hier ein neues Fenster auf, gehe wieder in mein Home, mache ein mkd-npm, mache ich in einen neuen Ordner, mkd-nsp, cd-npm. Da hatte ich das schon mal eingelegt, das mache ich erstmal wieder weg. So, jetzt ist es wieder sauber. Und jetzt können wir hier eben auch wieder so eine Docker-Compose.yaml-Datei anlegen. Das machen wir jetzt auch wieder. Nano. Also jedes System hat hier eine eigene Docker-Compose. Die könnte man auch entsprechend zusammenführen, das müssen wir jetzt aber nicht. Hier sind jetzt noch die rechte falsch. Ich mache das erstmal eben neu. So, mkd-npm, cd-npm und jetzt nano-Docker-Compose. Diese Docker-Compose sieht schon viel übersichtlicher aus und die ist auch schon super vorbereitet. Die paste ich jetzt hier mal rein. Da müssen wir jetzt gar nichts ändern. Rx postet es hier auch. Die Verzeichnisse direkt hier rein. Punkt slash data und Punkt slash let's encrypt. Da sage ich jetzt mal Ctrl-O, Enter, Ctrl-X beenden. Damit ist das eigentlich schon fertig und die können wir jetzt auch schon mal Docker-Compose.yaml-Datei starten. Wir haben jetzt also eine OwnCloud-Instanz. Also jetzt könnten wir hier die schon mal sudo prüfen, ob die schon läuft. Jetzt type nsa intp, pipe grep 8080, das läuft ab 8080. Und da läuft auch schon was. Also das ist schon mal sehr gut. Und jetzt installiere ich mir hier natürlich noch meinen Proxy davor. Ich könnte jetzt schon per Localhost auf den Port 8080 zugreifen und würde da sogar schon meine OwnCloud sehen. Wir möchten das Ganze allerdings ja aus dem Internet erreichbar machen. Wenn du jetzt so einen Cloudflare-Tunnel nutzt, dann musst du natürlich in deiner Tunnel-Konfiguration den Traffic auf Port 8080 auf Localhost forwarden. Du kannst dir die Einrichtung des Proxys damit sparen, da der Proxy-Dienst dann auf deinem Tunnel bei Cloudflare läuft. Also das ist von der Einrichtung noch einfacher und da musst du auch kein Port forwarding in deinem Router einrichten. Das ist natürlich auch eine ganz super Sache und natürlich dann nochmal auch sehr sicher. Jetzt läuft der jetzt hier und dann können wir nachher den npm dann über die lokale Adresse über den Port 81 konfigurieren. Ich habe euch das Ganze auch hier in der Datei nochmal zusammengeschrieben. Also hier ist noch die Docker Compose von OwnCloud mit drin. Und dann geht es hier unten weiter mit dem Punkt env. Da habe ich euch das nochmal reingeschrieben. Trusted Domain, also da ist es, das ist falsch. Da muss natürlich meine Underline Domain rein. Und dann hätte ich hier auch noch das Admin-Passwort ändern können. Also das können wir natürlich dann auch noch entsprechend ändern über Localhost, Hostport 8080. Das ist jetzt im Moment noch Admin, Admin. Und das solltet ihr vorher ändern, bevor ihr das Ganze im Internet exposed. Da ist jetzt die Localhost, OwnCloud schon am Laufen. Ich kann hier unter Settings natürlich dann noch entsprechende Einstellungen vornehmen. Ich ändere jetzt hier mal mein Passwort. Change Passwort. Ah, da muss man noch das Current Passwort eingeben. Admin. Und dann hier an der Stelle das New Passwort. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal, ob wir uns damit auch schon anmelden können. Und siehe da, ich bin jetzt mit meinem neuen Passwort auch schon in meiner OwnCloud auf Localhost drin. Also die läuft jetzt hier schon lokal auf meinem System. Da bringt sie mir natürlich nicht sehr viel, weil ich möchte sie natürlich aus dem Internet verfügbar machen, damit ich von überall meine Dateien synchronisieren kann. Wir müssen also schauen, ob der Proxy jetzt läuft. Der ist hier auch schon gestartet und jetzt kann ich auch schon mal hier darauf zugreifen. Also wir gucken jetzt mal. Da gibt es einen Default-User, Admin-Example.com und ein Passwort ChangeMe. Damit müssen wir uns jetzt hier am Localhost-Port 81 mal anmelden. Das ist der NPM. Der hat ein eigenes Web-Frontend. Da gebe ich jetzt erstmal Admin-Example.com und gebe jetzt mir ChangeMe als Passwort ein und bin dann auch schon in der Config. Und er fragt mich hier auch automatisch, will ich das ändern und das mache ich natürlich erst. Tronaut-at-space-fun.ch, sage jetzt hier Save und dann sage ich hier ChangeMe und gebe dann hier auch mein neues Passwort ein. So, das ist jetzt hier soweit fertig. Und jetzt kann ich hier über den Punkt Host, Proxy Host, einen neuen Proxy Host hinzufügen. Und da gebe ich jetzt einfach als Domain meine DIN-DNS-Domain ein, tuxviz.mu.com. Da muss ich hier unten auf App klicken. Und dann sage ich hier Scheme, HTTP und forwarde das jetzt aber auf meine lokale Adresse, also die Adresse, die ich mir vorher mit IPAS angeschaut habe. Und zwar ist das hier diese, die ich auch im Router freigegeben habe, 192.68.1.157. Da gehe ich jetzt, diese Adresse gebe ich da jetzt ein. Und das Port natürlich 8080 und dann sage ich hier noch Block Common Exploits. Und hier kann ich dann auch noch ein SSL-Zertifikat beziehen. Das ist ganz toll, der hat Let's Encrypt eingebaut. Könnt ihr hier vor das SSL machen, das müssen wir gleich nochmal prüfen. Sag hier auch noch HTTP2-Support und sag Agree und Save. In dem Moment versucht er jetzt auch schon ein SSL-Zertifikat automatisch für dich via Let's Encrypt zu beziehen. Wenn das klappt, dann aktualisiert er das auch regelmäßig. Du musst dich also um nichts kümmern. Beim Cloud-Flare-Tunnel passiert das Ganze natürlich vollautomatisch. Da brauchst du das Ganze gar nicht machen, denn der generiert für dich das Zertifikat. Jetzt schaue ich hier nochmal auf Edit und sage hier nochmal Force SSL, denn das wird standardmäßig nicht übernommen. Jetzt habe ich das hier gespeichert. Jetzt können wir mal probieren, ob wir über die Domain tuxviz.mu.com auch schon draufgekommen und siehe da, meine OnCloud läuft hier schon. Das ist ja wirklich genial. Ich kann mich jetzt hier mit Admin und meinem Passwort auch wieder anmelden und habe jetzt hier meine OnCloud bereits betriebsbereit. Du siehst also, du hast in wenigen Minuten so eine ganze Cloud für dich aufgesetzt. Und der Vorteil von OnCloud ist, dass es sich wirklich auf das Wesentliche beschränkt. Nextcloud kann viel, viel mehr. Es ist sehr viel flexibler und hat tausende von Add-Ons. OnCloud Stärke ist, dass es sich wirklich auf die File-Synchronisation beschränkt und die aber wirklich super gut machen kann. Ich bin ein großer Fan von dieser Lösung und wenn das jetzt so eingerichtet worden ist, dann kannst du nachher natürlich dann auch diesen Client installieren. Das könnten wir uns dann auch nochmal entsprechend anschauen. Und zwar habe ich jetzt hier noch mein Space-Bahn-System und da können wir jetzt diesen OnCloud Client auch nochmal angucken. Den gibt es hier auch auf oncloud.com, Desktop-Apps. Dann gibt es hier im Bereich Linux ein sogenanntes App-Image, als App-Image herunterladen. Das ist so eine App-Image-Datei, die kann man einfach ausführbar machen und dann ist das volle Programm eigentlich auch schon drin und ich kann es einfach nur noch starten. Das ist jetzt hier mein Downloads-Ordner. Ich verschiebe das Ganze wie üblich in einen Ordner bin und gucke dann, dass es hier über rechte Maustaste Eigenschaften, Berechtigungen, Datei ausführbar machen, auch als ausführbar markiert ist. Das Ganze kannst du natürlich auch im Terminal mit Gmod plus X machen. Jetzt sage ich hier wieder Ausführen. Der fragt mich jetzt hier nochmal. Ich bestätige das und hier kann ich jetzt schon meine Server-Adresse eingeben, also tuxwis.mu.com. Jetzt fragt er mich hier nach meinem Benutzernamen. Den gebe ich entsprechend an und schon ist die Einrichtung hier abgeschlossen. Und der hat jetzt hier einen lokalen Ordner OnCloud erstellt in meinem Home-Verzeichnis. Und da sind dann auch all die Dateien, also hier ist der Ordner, da sind dann all die Dateien, die auch im Webfrontend von der OnCloud schon sichtbar waren. Das sind so ein paar Demo-Dateien, sind hier jetzt auch schon synchronisiert. Das Ganze gibt es natürlich auch für mobile Endgeräte wie iOS, Android oder auch mit Ghost Cloud für Ubuntu Touch. Das nutze ich zum Beispiel. Und damit hast du deine Daten dann auch überall mobil unterwegs zugreifbar. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen. Ich finde es wirklich super einfach und eine tolle Lösung für das Self-Hosting, also eine meiner Lieblingslösungen. Und falls du irgendwo dennoch Fragen haben solltest, dann schreib mir einfach in den Kommentaren oder melde dich in unserer Telegram-Community an. Ich freue mich auf deinen Besuch und bis bald. Tschüss! Tschüss! Untertitelung. BR 2018